Hallo, ich bin da, um die Nachricht zu überbringen, die er nicht überbringen will. Es werden zwei Wochen keine Videos geben. Warum? Keine Ahnung. Ja, sag mal was. Mein Rechner ist hierüber. So ziemlich. Fast quasi in Gänze oder so. Der tut halt nicht mehr, der wutet nicht mehr hoch, der Lüfter liegt zwar, aber mehr hat auch nicht und deswegen wird es erstmal, bis der Rechner wieder läuft, keine Videos geben. Never Ending Nightmares ist zum Glück fertig und ist auch quasi vor dem Verlust bewahrt. Andere Sachen, die ich doch danach aufgenommen hatte, die leider wahrscheinlich nicht mehr. Die werden es wahrscheinlich nicht überlegt haben. Darunter Only If, das ich aufgenommen hatte. Zur Hälfte, das werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal aufnehmen, da es ein Spiel ist, das man einfach blind spielen sollte. Ansonsten... Ansonsten, alles andere, was ich aufgenommen hatte, könnte ich theoretisch auch nochmal aufnehmen. Das ist halb so nett, aber Only If, das wird es halt leider nicht mehr geben. Allgemein wird es die nächsten zwei Wochen keine Videos mehr von mir geben, weil ich nicht wüsste, womit ich es... äh, weiß ich nicht wüsste, weil ich es nicht aufnehmen kann, bearbeiten kann, etc. Also, ich hoffe, wenn nach den zwei Wochen, wenn der Rechner so weit wieder läuft, es dann direkt weitermachen kann. Ich weiß es allerdings nicht. Ich hoffe einfach mal aufs Beste. Also erstmal zwei Wochen, dann circa keine Videos mehr von mir. Danach geht es mit Never Ending Nightmares ganz problemlos weiter und auch mit neuen Projekten. Auch mit der Mopscene zusammen. Grüße von uns beiden. Allgemein Grüße von eurem Zero. Und ich lade das jetzt uneditiert hoch. Boah, ist das scheiße. Klatsch du noch? Danke. Ich muss niesen, ich muss niesen!